Warum wollen wir Netzelektriker werden? Wir arbeiten gerne draus, mit Strom und mit guten Leuten. Netzelektriker sind für das funktionierende Stromnetz verantwortlich. Wir haben einen abwechslungsreichen Beruf. Wir verlegen z.B. Kabel, reparieren Freileitungen, arbeiten an Schalt- und Trafostationen. Wir haben auch viele Kontakte zu Kunden. Z.B. wenn wir Häuser anschliessen oder den Strom abschalten. Das gefällt mir sehr gut. Ich arbeite gerne mit Strom, arbeite gerne draussen und auch mit groben Maschinen. Wie z.B. Sellwindeln, Lastwagen und z.T. auch mit dem Helikopter. Z.T. haben wir auch Störungen. Das müssen wir herausfinden, wo wir die Störungen haben, was wir machen müssen. Ich finde es spannend, die Störungen zu reparieren. Mit den Berufsschulkollegen besuche ich zusammen in Kahlnach überbetriebliche Kursen. In diesem Bildungszentrum kann ich dann später auch Weiterbildungen machen. Also eigentlich stehen wir alle Wege offen. Als Netzelektriker hat man gute Entwicklungsmöglichkeiten. Nach meiner ersten Lehre als Elektromonteur habe ich bei Arnolds eine Zusatzausbildung gemacht zum Netzelektriker. Später habe ich mich weitergebildet zum Netzfachmann. Die Firma Arnolds hat mich dabei finanziell und mit Zeit unterstützt. Ich habe gerne Neues, darum habe ich mich gemeldet beim Projekt Arbeiten und Erspannung. Als erste Firma in der Schweiz hat die BKW ein voll isoliertes Fahrzeug gekauft. Dank dem können wir z.B. Isolatoren oder ganze Masten auswechseln, ohne den Kunden den Strom abzustellen. Es war ein spezielles Gefühl, zum ersten Mal eine eingeschaltete Leitung anzurühren. Etwas ganz Neues. Vorher hat man jahrelang Abstand ausschalten gelernt und dann macht man auf einmal das Gegenteil. Das war schon ein bisschen so am Denken gewesen. Wenn man die Sicherheitsregeln befolgt und genau arbeitet, dann kann nichts passieren. Wir sind ein eingespieltes Team und können uns 100% aufeinander verlassen. Das ist das A und O unserem Beruf. Ich konnte mich bei BKW weiterentwickeln und finde es spannend, mit den neuesten, modernen Arbeitsmitteln zu arbeiten und mit meinen Kollegen draussen zu sein. Zusammen schreiben wir Energie-Zukunft.